Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns in Discofox vorbereitet. Und zwar ist es wahrscheinlich die Künzestinigung, die wir hier gemacht haben, bestehend aus drei Grundstimmen. Dreimal, eins, zwei Tipp. Wir starten in Doppelhandhaltung und schicken die Dame in eine Brezel. Das heißt, ich lege meinen linken Arm, führe meine rechten Hand, die Alex jetzt unter dem Arm runter durch, sie dreht sich um, ich gehe hervorbei und drehe mich ebenfalls um. Eins, zwei, drei Tipp. Schön festhalten, auch wenn die Mädels manchmal loslassen müssen. So, jetzt stehen wir in dieser Brezel und der Herr hat seine linke Hand vor sich. Er muss jetzt unter diesem Arm runter durch. Und die rechte Hand, da zieht er an der Dame, dass sie hinter ihm her läuft. Eins, zwei Tipp. Der Einstieg. Nochmal, beide Hände haben wir. Wir führen uns zuerst die Dame in die Brezel und am linken Arm. Hände schön festhalten, beide gehen vorwärts, beide drehen sich um. Vor, umdrehen, Tipp. Die linke Hand ist automatisch um, da geht der Herr jetzt auch drunter durch. Und zusätzlich nehme ich, sobald ich drunter durch bin, meinen linken Arm herunter, den rechten Arm aber hoch. Das zeige ich Ihnen mal ganz langsam. Eins, zwei Tipp. Doch, ihr habt es sehen können, der geht hoch und dann nehme ich ihn von hinten über meinen Kopf. Jetzt muss ich nur noch mit der linken unteren Hand kräftig ziehen, um die Dame auszurehen. Dreh ich zur Dame um und das war's schon. Nochmal langsam. Der erste Grundschul ist, liebe Rezel, linke Hand hoch, wir gehen beide vor, drehen uns um und machen Tipp. Der Herr geht unter dem linken Arm runter durch, zieht erst einmal, dass die Dame aus dem Weg geht und nimmt dann die rechte Hand von hinten über seinen Kopf. Die Dame geht vorwärts, rückwärts, Tipp. Und mit der linken Hand ziehe ich kräftig, um die Dame auszudrehen, gehe mal im Grundschul nur in ihre Richtung, drehe mich also zur Dame um und dann ist schon Schluss. Einmal etwas flüssiger. Eins, zwei Tipp. Eins, zwei Tipp. Eins, zwei Tipp. Wenn er schnell getanzt wird, ist das gar nicht so unspektakulär. Deswegen macht das ganz oft und irgendwann, wenn die Sicherheit da ist, könnte er das Tempo erhöhen und dann macht das auch richtig Spaß. Jetzt zeige ich es nochmal so herum, aber auch sehr langsam. In die Brezel. Zwei Tipp. Jetzt geht der Herr hier unter dem Arm runter durch, die Dame ein bisschen wegziehen. Eins, zwei Tipp. Dann ist der rechte Arm oben, der geht über ihren Kopf und zieht. Damit drehe ich die Dame um. Einmal noch in diese Richtung. Eins, zwei Tipp. Eins, zwei Tipp. Eins, zwei Tipp. Probiert es, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.